Die 9. Armee Und die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was soll das heißen? Sie können Fägeler nicht finden. Bogdorf, was ist los? Äh, so sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Gar nicht. Möchtlich gemacht! Äh, ich werde noch, äh, der schleicht er dann gleich wieder ab. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und, äh, die eigentliche Szene oder was, was, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, äh, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, glaube ich. Verrat! Bringen Sie mir Fägelei! 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 Den nächsten Szenen, die ich habe. Weltfremmer, unbereichebarer Künstler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was soll das heißen? Sie können Fägelei nicht finden. Was würdest du beim Fahrrad eher verzichten? Fägelein! BANCHER MEIN! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Ich komme mit 180 Sachen anschauffen und du bist so bescheuert und fährst da raus! Gezogenzene! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Zombie-Apokalypse ist natürlich... Das war ein Befehl! Eine Handfeuerwaffe für den fernen Kampf. Ja, vielleicht schon da! OUCH! Anders kann man das nicht machen. Und dann zieh mal ein Befehl! Hör mal ein Befehl! Hör mal ein Befehl! Hör mal ein Befehl! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Das macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit dem Fägelein. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Schaut mit der zwölften Armee die Sache unterstützt! Wir sind Soldaten! Wir haben uns ein eigen auf den Fägelein! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Won't get far, you studious little brat! My pets will see to that! Fägelein! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Fägelein! 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 Fägelein!